Die Campus Plaza ist sehr gut gefallen, sehr energetisch. Man sieht, dass die Leute interessiert sind, neue Lösungen zu finden. Und ich glaube allgemein, die Plattform ist eine sehr gute Plattform für Startups, weil du hast die Kunden, die da sind, es sind viele Spediteure da und einfach von der Industrie sehr, sehr viel Feedback, das man auch bekommt und Kunden, die man dann zukünftig auch anborden kann. Man kann auch nachher networken, definitiv mit den Leuten. Bin ich mir ganz, ganz sicher, dass sich das durchsetzen wird bei Startups, dementsprechend auch und ich finde das eine ganz, ganz gute Sache.